Hi Erstmal reingehen, würde ich sagen Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, ich glaube, das geht zu weit hier Ja, die sind doch mal weg! Nein, ich hab den Teammate gekillt, scheiße Ich lass mich hier, ich will ihn aus! F***er Jedes Mal, Alter, was ist denn los? Ey, ich kann kotzen dabei Junge, pass mal auf Alter, was interessier mich die Niederlande, Alter, das sind da alles Schlapsschwänze Och, komm schon, Alter Mann! Ey, jetzt schreck mich Christian hoch! Ey, oh, danke Was, du bist drüber gekla... Ey! Sag mal! Mann, ich... das Geld ist eine Scheiße! Ey! Mann! Ey! 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 Kann so bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich mach mir Abendbrot, ne? Ja. Tschüss. So, ich mach mir.